Hiho meine Freunde und herzlich willkommen zu Totales Chaos, die nächste und vielleicht letzte Mission bei Bully. Japp, so sieht's aus. Wir holen jetzt erstmal Russell aus diesem Scheißhaus. Kurz mal abchecken, wo das genau ist. Jetzt gehen wir rechts rum und dann die nächste links. Gut. So, und hier dann links. Und dann holen wir Russell raus. Russell. Russell. Ja genau, ihn holen wir raus. Russell Laszlohn! Tu wirst nicht hier sein, Schuss! Fuck. 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 Jimmy! Da sind du. Ich weiß nicht, was zu machen! Aber ich riebe dir halt nur so getrenne! Grrrrrrrr. Brrrrrrrrrrrr! Russell, wo bist du? Russell, wohin gehst du? Ich skate da ganz entspannt, einfach nicht mehr, während er da um sein Leben rennt. Wow. Was ist das für dich? Danke, Jimmy. Komm schon, wir müssen uns zur Schule kommen. Alles hell ist weg. Hey, Jim, das ist dein Tier. Was ist denn da? Das ganze Ort ist mental. Ja, das ist dein alter Freund Gary. Er ist derjenige Probleme. Der Kind ist ein totaler Psycho und jetzt hat er die Lehrer und Prefekte auf seinem Seite. Also? Also, wir gehen in da, versuchen wir zu stoppen, und finden eine Chance zu lösen mit Gary. Okay, eine Frage. Wie werden wir uns die Kinder verletzen? um die Verbrügeln zu vermeiden? Es ist Amerika. Wir gehen da mit Gefahr und Prefekte, bis wir, was wir wollen. Wir gehen da mit Gefahr und Prefekte. Wir gehen da mit Gefahr und Prefekte. Wir gehen da mit Gefahr und Prefekte. Er möchte die Menschen verletzen. Für Frieden. Cool. Dann ist es ein Plan. Leute verbrügeln, um verbrügeln zu vermeiden. Macht Sinn. Oh mein Gott. Okay. 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 Fangen wir an. Oh, hier ist ja eine Massenschlägerei. Das ist ja herrlich. Fangen wir an. Wie geht das? Fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir in der Sporthalle an. Mit dem Chef der Jocks, glaub ich. Ich glaube, diese sind Nettis. Ahan, die Nerds! Ernest, you nerd! What were you thinking? You fool! You don't see it! Gary's got a plan! A great plan! You idiot! Gary's plans are a load of crap! I should know! You don't get it! With my brains and his lack of morals, nothing can stop us! Whatever! I'm gonna stop you both! I'll show you! Destroy! Destroy! Tut mir leid, Ernest, aber wenn ich türen will, muss ich fühlen. Wow, was für eine Kombination! Alter! Was für eine Kombination! Ich kick ihm die Beine weg und dann kam Brussels' Faust. Was für ein Kombo, ey. So, wer macht hier in der Bücherei Stress? Willst du auch mal hier unboxen? Ich muss den Familiennamen anziehen! Ohohohoho! Ohohoho! 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 Ohohohoho! Ohohoho! Ohohoho! So, Arschloch! Ich bin auch der Anführer der Preb, ne der Greaser und der Joggs. In der Bücherei, dem Hauptquartier der Nerds, finden wir wen. Komm her, Penner. Boom, was für eine Kombination. So, der letzte Anführer ist der Anführer der Greaser und das ist Vincent, Dingspunkt, Johnny, Vincent oder wie er heißt. Den haben wir auch noch rum. Der Mädchen? Schlafsaal? What the fuck? Oh fuck, Russell kassiert ziemlich viel. Wir müssen Russell helfen. Fuck, Russell geht drauf. Russell. So. Easy going. Wir hauen sie alle um. Ups. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Showdown? Oder noch nicht? You're finished, you bunch of bitches. That was incredibly satisfying. Edgar, go help everyone calm down. I've got some business with Gary. Understood. Good luck. You, what is that in your hand? Weapons are for prefects only. Ouch. Get off my little body. Slow down. You're the angst sound for Russell. Oh, come on. Your attention please. Jimmy is complete human trash. Okay. Gary, you little bitch. Come out. James, I've been waiting. Let the games begin. Oh, yeah. Es riecht nach Showdown, bitches. Es riecht gewaltig nach Showdown. Yeah. Boy. Gary, moron. Why'd you do it, Gary? Why not? I won. I tricked everyone. Starting with you, the head, the loser kids in town and the prefects. Me. I won. You are sad, man. I might be sad, but I won your world, moron. And don't you forget. You did all my dirty work for me, Hopkins. You're like a puppet. Only dumber. Whatever. Let's finish this. Okay, warum, warum da oben? Wollen wir Tote? Nein. Wobei doch, Gary könnte ruhig sterben, aber das ist ein anderes Thema. Wow. Wow. Nicht werf. Wäre er schlau, hätte er mich einfach unterschöpfen können. Aber so schlau ist er. Genau, du blöde Sau. All alone, a big scary bullwurf. Under fire from Russell and his Goons, desperate for help. So sad, so hopeless. Wäre er. Just needing a friend, any friend. You were so easy to manipulate, Jimmy. And once we were friends, it was all so clear. You had your lust for power, but without intelligence to back it up, using you as a pawn was so wonderfully obvious. Let Jimmy have his fun. Let him play his childish little games with Ernest, Ted, Darby, Johnny, and Edgar. Er will mich echt töten. Er wäre bereit, mich da runterzuschubsen. Wichtiger Störtertyp. It was like lining up dominoes. It all felt together so perfectly. While you were off wasting your time with whores like Lola, I was in the door, planning. While you were racing bikes, while you were playing at the carnival like a chop. The thing is, if I win, you're just another punk. You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy. Why'd you do it, Gary? Because I can. Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you. You would have, if I'd given you the chance. Face it, I'm smarter than you. Oh, congratulations. You're smarter than me. You hate everyone, and everyone hates you. Genius. The head likes me. I tied him up, turned his dog to school into a battleground, got kids expelled, unfairly, put several others into therapy, and he still likes me. You're such a loser. Well, at least my mom doesn't make her living on her back. You're dead. Whoa. I can take you, Hopkins. Oh, Showdown. Any regrets, Jimmy? Move, bitch. Whoa. Das hat hier richtig was von Matrix oder so. Oh. Oh. took me, Bardzo. Nicht wieder, du blöde Sau. Gary, du Sau. Ich mach dich fertig. Und das wars. Das wars. Das war's. Aber du bist ein Dämon, Mann! Ein Dämon! Vielen Dank, Herr. Nun, aus dem Trash, würde du, Hopkins? Mein Lieber. Also, es war du, der du diesen monstres kleinen Wettbewerb? Ja. Was ein Heroin! Ein Lone Wolf! Uh-huh. Na, nein. Ich bin ehrlich, Herr. Ich hatte viel Hilfe von ein paar Freundinnen. Wie diese Frau, Zoe. Sie wurde verabschiedet, weil sie über Mr. Burton verabschiedet sie. Burtin? Well, he's fired! I hope he rocks in hell! And a guy named Peter Kowalski. Good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Well, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother... What letter? What letter? What letter? What letter? What letter? Finally, everything is sorted out. More or less. I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that. But life is certainly going to get easier. We have done it. We have done it. We have Bully for the PlayStation 4, beziehungsweise damals auch für die PS2, aber halt für die PS4 neu aufgelegt. Durchgespielt. Ganze 27 Folgen hat's gedauert. Es war eine wunderbare, tolle Zeit. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Danke an jeden Zuschauer, der wirklich fleißig dabei war bei jeder einzelnen Folge und sich das Spektakel rund um Jimmy Hopkins und seine Freunde angetan hat. Es war mir eine Ehre, euch zu unterhalten und es wird mir auch weiterhin sehr viel Spaß machen für euch den Entertainer und Spiele-Spieler zu geben und was auch immer ihr auf meinem Kanal sonst noch so findet. Bully hat uns jetzt fast einen Monat beschäftigt und es war eine super Zeit. Es hat richtig viel Spaß gemacht und es würden natürlich mehrere weitere Spiele folgen, aber ich verrate nicht was. Das werdet ihr dann alles spontan urplötzlich auf meinem Kanal finden und sehen und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit dem, was ihr bei mir zu sehen bekommt. Ansonsten schaut's trotzdem an. Wir sehen uns auf jeden Fall in der kommenden Zeit mit anderen Videos noch und ja, vielen Dank, bis dann und tschüss.